Ich habe hier eine E-Mail-Anfrage eines Patienten über das Internet und er sagt, mein Nasenloch ist seit Jahren zu. Wenn ich zwar Sport mache, dann kriege ich wieder Luft, aber ansonsten ist das rechte Nasenloch meistens zu. Und er schickt mir ein Röntgen, genaueres weiß ich nicht. Es ist so, ich muss zu diesem Fall sagen, ich bekomme recht viele Anfragen und kann mich natürlich nicht immer an alles erinnern. Das heißt, ich kann nur das wiedergeben, was ich in der E-Mail, in der unmittelbaren E-Mail, wo ich das Bild finde, lese. Manchmal gab es auch schon vorher Kommunikation und da wurde mir mehr gesagt und ich verliere dann aber den Faden. Das heißt, hier in dieser E-Mail geht es darum, er sagt, wenn er Sport macht, dann ist das rechte Nasenloch zu. Und im Spital, da wissen Sie auch nicht genaueres. So, was sehen wir? Der Fall ist eigentlich sonnenklar. Wir sehen hier in diesem Bereich einen deutlichen Knochenabbau. Ich fahre mal mit der Maus den Knochen nach. Wir haben hier einen retenierten Achter und dann ist hier der Knochen so schräg abgebaut. Hier, das könnte auch Wurzelkaries sein bei dieser Wurzel. Und wir sehen einen schönen Polypen. Wir haben also hier eine patzige Parodontitis, wahrscheinlich mit einem Furkationsbefall, also mit einer Beteiligung der Wurzeln. Die Parodontitis ist klassisch aufgrund viel Konkrement. Man sieht also im Röntgenbild das hier, das ist alles Zahnstein. Das heißt, wir haben hier eine nicht optimale Mundhygiene, nicht optimale Aufklärung, nicht optimale zahnärztliche Begleitung. Das heißt, da spielen einige Faktoren mit. Das ist sicherlich keine außergewöhnliche Parodontitis, einfach nur durch Konkrement verursacht leider Gottes recht spät. Denn hier auf dieser Seite muss man wahrscheinlich alle Zähne entfernen und dann eben ordentlich paradontal sanieren. Einmal durchreinigen, den Patienten aufklären, wie eine Mundtusche anzuwenden ist. Und das Problem ist gegessen. Es wird sicherlich keine weitere Entzündung folgen. Hier, wenn man die Zähne entfernt, wird sich auch in der Kieferhülle dieser Schleimhautpolyp legen und das rechte Nasenloch wird dann wieder frei. Ich hoffe, ich habe mit dem Video ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Ich würde mir einen Paradontologen suchen, der mir das Ganze einmal gut säubert und mir die Zusammenhänge erklärt. Der mir, je nachdem, ob hier eben ein Wurzelkarre schon besteht, die entsprechenden Zähne entfernt und mir dann diesen Status aufrecht erhält. Das heißt, dass man keine weiteren Zähne verliert. In diesem Sinne, alles Liebe! Außerdem Untertitelung des ZDF, 2020